Physiotherapeut, also wir helfen Menschen nach zum Beispiel Operationen oder einfach nach Verletzungen, generell wieder ihr Leben normal bestreiten zu können. Wir lindern Schmerzen und ja wir helfen einfach den Patienten wieder auf die Beine zu kommen und wieder fit zu werden. Ich glaube da steckt ganz viel Leidenschaft dahinter. Ich habe im Sportverein ein paar Physios, ja da merkt man einfach, die sind schon so voller Leidenschaft und haben ein unglaubliches Wissen auf Lager über den menschlichen Körper und das hat mich damals einfach fasziniert, weil ich da auch schon immer Interesse dazu hatte, das zu lernen, aber halt nicht unbedingt ins Medizinstudium zu gehen, weil man halt da unglaublich wenig Zeit für die Menschen hat und als Physiotherapeut hat man halt, ja jetzt auch nicht so viel Zeit, aber mehr Zeit als halt Ärzte oder Krankenschwestern. Besonders ist für uns, wenn du Patienten siehst, wie sie am Anfang waren und dann wie sie jetzt gerade im Akuthaus entlasten werden und man sieht einfach einen riesen Fortschritt und das ist so das, was einem, ja, eine Genugtuung gibt und was einem auch, ja das ist einfach ein schönes Gefühl, würde ich sagen. Ja, das ist so das. Zucker! 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 Zucker!